Herzlich Willkommen zum Aufbaukurs Telegraphie. Der Sprecher ist Delta Lima 8 Mike Hotel. Herzlich Willkommen zu Lektion 11 in diesem Telegraphie-Aufbaukurs. Wir werden heute in dieser Lektion den Abstand zwischen den einzelnen Zeichen weiter verringern. Die Zeichengeschwindigkeit bleibt unverändert bei 20 Wpm, allerdings mit verkürztem Abstand zwischen den Zeichen. Wie immer starten wir ohne Anfang und ohne Schlusszeichen und bitte beginnen Sie jetzt die Zeichen zu notieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das waren folgende Zeichen. 4 Oscar Sierra Sulu Delta Slash Hotel Charlie 2 Foxtrot Victor 9 Lima 8 Alpha 1 Alpha Bravo Papa 9 7 Echo 3 8 7 Juliet November 4 6 Oscar Echo Lima Slash Yankee 6 Oscar Quibeck Victor 5 Bravo 3 Echo Whisky 0 Yankee Whisky Lima Charlie Sierra Yankee Es geht sofort weiter mit 50 weiteren Zeichen. Bitte notieren Sie diese jetzt. 1 2 2 3 4 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 15 Ich lese wieder vor, welche Zeichen gegeben wurden. 12 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 16 18 20 19 21 22 22 22 23 24 23 24 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 3, Slash, Null, Quebec, Sulu Delta, Sierra, Neun, Kilo, Foxtrot 3, Papa, Acht, Zwo, Zwo Bravo, Eins, Sierra, Hotel, Bravo Bravo Romeo 6, 9, Yankee Delta Sierra Papa Uniform Foxtrot Oscar Oscar 0, Romeo 7 Golf Tango Sulu 7, 7 Frage Juliet X-Ray Golf 8 Whisky X-Ray 5, Victor Yankee Wir kommen nun zu den letzten 50 Zeichen dieser Lektionen. Bitte notieren Sie auch diese. . 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 So, ich lese nun auch die letzten 50 Zeichen vor. . 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 Hotel Romeo Yankee Yankee India Slash 4 Juliet 1 November Alpha Kilo Slash 5 Golf Papa Sierra Sulu Sulu 5 1 Juliet 7 Victor Alpha Victor Victor Punkt Yankee Lima Kilo 6 Frage Lima Yankee 4 9 Hotel So, das war die heutige elfte Lektion. Bitte üben Sie diese Lektion, bis alle Zeichen in dieser Geschwindigkeit sicher sitzen und wechseln Sie erst dann zu der Lektion 12. Viel Erfolg beim Lernen und 73 wünscht Delta Lima 8 Mike Hotel